Moin Moin und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Brettspielnews Team. Ich bin immer noch nicht Johannes, sondern Peter. Und in dieser Ausgabe reden wir in kleinerer Besetzung über zuletzt gespielte Spiele und wie wir die so fanden. Dank der grandiosen Magie des Internets fliege ich allerdings andauernd raus und naja. Mal gucken, was man da im Schnitt retten kann. Viel Spaß beim Zuhören. So, eine neue Podcast-Folge, in der aus Trackern Tracker wird und wir wieder ein Wunderwerk der Wortwitze abfeuern werden. Hallo Dennis. Ich weiß gar nicht, wie du diese Überleitung so gemacht hast. Ich bin vollkommen unschuldig. Hallo zusammen. Hallo Lavinia. Hi. Und hallo Peter. Moin. Und ich bin Johannes. Hi. Ja, nice. Wir sind wieder zusammen. Durchs Internet verbunden. Mit solider Technik, würde ich sagen. Wir hoffen, es klappt alles. Mehr oder weniger. Teilweise Magie. Und wir reden wieder über einige Spiele, die wir gespielt haben. In der nächsten Folge suchen wir uns aber irgendwie da ein Thema aus, aber das wissen wir noch nicht. Das klären wir nach der Folge. Aber, wenn die Folge veröffentlicht wird, werden wir das Thema schon festgelegt haben, aber ihr werdet es noch nicht wissen. Und jetzt wissen wir es auch noch nicht. Magie der Zeit. Bevor wir mit Spielen starten, möchtet ihr noch irgendwas sagen? Bananarama. Da sind sie, die Wortwitze. Das war kein Wortwitz. Okay. Wer möchte denn anfangen? Möchtest du einfach loslegen, Johannes? Du hast doch bestimmt ganz viel gespielt. Ich kann loslegen. Ich kann sogar mit einer Neuheit anfangen. Ich habe nämlich gespielt New Eden. Das ist ein neues Spiel von Schmidt Spiele von Benjamin Schwer. Das ist der Autor von Hadara und Crown of Imara. Crown of Imara fand ich ziemlich gut, das irgendwie unterm Radar läuft. Hadara fand ich richtig furchtbar. Und da habe ich gedacht, gucke ich mir New Eden an. Das ist von Dennis Lohhausen illustriert. Das sieht man auch sofort. Also es ist ungefähr die klassischste Dennis Lohhausen Illustration, die man sich vorstellen kann für eine Unterwasserwelt. Also es sieht genauso aus, wie wenn Dennis Lohhausen eine Unterwasserwelt zeichnen würde. Also wer Aquasphere gesehen hat, so ungefähr sieht das auch aus. Ich finde es ein bisschen unspektakulär. Andererseits ist Dennis Lohhausen auch irgendwie, es hat so etwas sehr schön Klassisches. Was machen wir? Das ist ein, so ein Mechanismen-Mix. Es ist so ein bisschen gehobenes Familienspiel. Es hat so ein bisschen Worker-Placement, es hat ein bisschen Set-Collection, es hat ein bisschen, es hat noch ein Versteigerungsmechanismus drin. Wir spielen über vier Runden. Thematisch ist irgendwie, keine Ahnung, was steht hier? Also überall ist Wasser. Also wahrscheinlich Klimaerwärmung hat dafür gesorgt, dass die Erde komplett unter Wasser ist. Und wir haben so eine Unterwasserstation, die irgendwie auf einem Geysir oder sowas platziert ist. Und wir haben unterschiedliche, ja was sind das denn, Spezialisierungen? Ne, das klingt falsch. Wir haben unterschiedliche Stationen. Also wir können irgendwie mit einigen Stationen, können wir uns Punkte, können wir Punkte kriegen. Mit anderen Stationen können wir, wir haben so einen komischen Track. Also mit bestimmten Aktionen nimmt unsere Station Schaden. Und je nachdem, was wir für Aktionen machen, können wir diesen Schaden wieder reduzieren oder wir erhöhen den Schaden. Dann gibt es noch, ich beschreibe es völlig krude, es ist nicht so komplex, wie es sich gerade anhört. Das ist eigentlich ein relativ klassisches, gehobenes Familienspiel. Spielt man über drei Runden. Jede Runde besteht aus zwei Phasen. Und das ist sehr solide. Also genauso klassisch wie die Illustrationen von Dennis Lohhausen, genauso ist auch das Spielgefühl. Dieser Versteigerungsmechanismus, ich habe es bis jetzt nur zu zweit und solo gespielt, ergibt das jetzt nur so bedingt Sinn, zu zweit versteigern. Solo versteigern ergibt noch überhaupt weniger Sinn. Das ist aber einigermaßen in Ordnung gelöst. Und für ein, zwei Partien ist das ein schönes Spiel. Aber man merkt auf jeden Fall, glaube ich, gerade für Leute, die viel spielen, da steckt zu wenig drin. Also man sieht fast alle Karten in jeder Partie. Es gibt nicht irgendwie so krasse Kombinationen. Die unterschiedlichen Karten sind nicht so unterschiedlich. Also das ist einfach ein sehr in Ordnunges Familienspiel. Da hast du jetzt uns allen was voraus, weil das ist, glaube ich, so neu, dass wir das alle noch nicht gespielt haben. Was ganz lustig ist, die Worker sind so, die Worker sind so Taucher in so Anzügen. Und wenn man die erstmal platziert hat, sozusagen in seinem Vorrat, liegen die. Und das sieht man auch auf den Feldern, dass man die hinlegt. Und immer wenn man die einsetzt, stellt man die hin. Das ist vielleicht der clevereste Kniff an diesem Spiel, was vielleicht ein bisschen traurig ist. So schlecht ist es aber nicht. Das klang jetzt gerade Nina Schmetter an. Also Crown of Amara hat mir besser gefallen, da steckt noch mehr drin. Genau, und Hadara hat mir nämlich auch gut gefallen. Und wenn du das aber jetzt so schon bewertest, dann werde ich mir das, glaube ich, nicht angucken. Außer es liegt mal vielleicht irgendwo auf dem Spieletreff rum, dann spiele ich es mit, weil ich eigentlich die Titel beide gut fand vorher. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also schnell weiter zu was Besserem oder Schlechterem. Bananarama, Dennis? Dann mach mal weiter. Ach so. Ja, ich lecke irgendwie schon wieder, ne? Dieses Internet-Magie ist ein Traum. Also ich kann weitermachen mit, was das, von dem ich auch noch nicht so genau weiß, was das eigentlich ist für mich. Ich habe Erde, im englischen Earth, zweimal, dreimal Solo gespielt bisher. Es ist so ein Tableau-Building-Spiel, wo wir eben unser Ökosystem neu aufbauen wollen. Ich glaube, wir legen ein 4x4-Raster aus Karten aus. Das verfolgt so einem gewissen Schema und wir wollen natürlich das beste Ökosystem schaffen und ganz, ganz toll sein und einfach eine wunderschöne Erde machen. Also grundsätzlich, erstmal, es sieht irgendwie, ich weiß nicht wie aus, es benutzt diesmal eben Fotos statt Illustrationen. Das ist irgendwie ganz cool, weil es sind natürlich alles Sachen, die es gibt. Andererseits hat man so Holz, keine Ahnung, Holzkügel, Miepel, Pumps-Dings, ich weiß nicht, wie man die benennen soll. Das sind quasi so kleine Mini-Obelisken, die man übereinander stapelt zu großen Türmen, um eben Wachstum von Bäumen oder Pflanzen zu kennzeichnen. Ganz oben immer auf die Baumkrone oder die obere Spitze kann man das dann so einen farbigen Klotz raussetzen. Die sind aber irrelevant, die sind einfach nur in verschiedenen Farben dabei, weil es verschiedene Farben gibt. Also thematisch komplett egal und das ist irgendwie nett und irgendwie aber auch komisch, weil man diese Geschicklichkeitsaufgabe im Spiel hat. So, aber egal. Das Spiel selber ist quasi so ein Aktionsauswahlmechanismus. Ich wähle eine Aktion, meine Mitspieler kriegen dadurch auch irgendwas und dann löst man immer so Farbbonis aus. Ich hab grüne Karten, ich hab gelbe Karten, ich hab rote Karten und das heißt, ich mach irgendeine Aktion und krieg dann vielleicht alle Aktionen von meinen gelben Karten oder von meinen roten Karten oder so weiter. Und so versucht man sich so einen kleinen Engine aufzubauen, um dann natürlich das Spiel vielleicht so als erstes zu beenden und dann am meisten Punkte zu haben. Am Solo, finde ich, funktioniert das so semi-cool mal wieder. Also ich glaube, ich hab's einfach noch nicht mit vielen Spielern gespielt, was ich ganz gerne machen möchte, weil ich dann natürlich viel mehr davon profitiere, was andere Leute machen, weil das bei mir was auslöst. Und das fällt hier so ein bisschen weg. Und es fühlt sich eben auch anders an, weil ich dieses Rennen gegen diesen Bot fahre, der mich ein bisschen in der Verwaltung nervt, weil ich dem zum Beispiel auch diese Türme aus diesen Holzklötzen bauen soll. Und das total sinnvoll ist, ich könnte die auch einfach da irgendwo hinlegen und die Punkte zählen. Und dann, also man hat sonst so ein Tableau, wo man wirklich so aufsteigende Bäume baut und dann wieder absteigende Bäume baut, was einfach fiddlig ist und irgendwie mir zu viel Zeit einnimmt, das zu machen. Ansonsten funktioniert der natürlich, der lässt sich auch nicht im ersten Spiel gleich schlagen, sondern man muss so ein bisschen schon verstehen, was der will, ein bisschen verstehen, wie der Engine in diesem Deck funktioniert. Da wird man aber auch nach ein, zwei Partien, oder ich wurde nach ein, zwei Partien besser, zum Glück. Und auch so gut, dass ich ihn auch relativ schnell anschlagen konnte. Aber für mich ist tatsächlich der Reiz schon relativ raus, das nochmal Solo zu spielen. Für mich ist der Reiz extrem da, das unbedingt mal mit mehr Spielern zu spielen. Und auch gerne, ich glaube, es gibt bis zu fünf Leuten, da würde ich das wirklich gerne sehen, um zu gucken, wie viel Engine-Building ich habe, wenn andere Leute Aktionen auslösen. Also wenn andere irgendeine Aktion wählen und bei mir auf einmal alle gelben Sachen dadurch getriggert werden, wie schnell komme ich dann voran? Weil in einem Solospiel passiert das natürlich sehr wenig, weil ich jede zweite Aktion mache. Und dadurch dieser Engine anders funktioniert, glaube ich, als wenn ich mit vier oder fünf Leuten spiele. Und das würde ich super gerne rausfinden. Ich finde die Produktionsqualität, wie gesagt, ja, weiß ich auch nicht, so zwischen allen Welten. Es ist irgendwie cool, es ist irgendwie seltsam, es ist so ein bisschen neu versucht, die Bords sind, biegen sich in alle Richtungen. Also es ist viel Varianz dabei, es ist ein Riesenstapel Karten, keine Ahnung. Also ich habe noch Bock, das zu entdecken, aber was es dann wird, kann ich echt noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass es eine etwas schlankere Version von Archenova für sie ist und Archenova dadurch so ein bisschen bei ihnen ersetzt hat. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also ich habe auch diesen Terraforming Mars-Vergleich schon mal gehört und auch den verstehe ich wieder nicht so richtig. Das sind halt Engine-Tableau-Bilder, die ein ähnliches Thema haben, weil es irgendwie Natur ist, es ist irgendwie, wir bauen uns ein Ökosystem auf und irgendwie bauen wir uns ein Engine auf. Aber so richtig nachvollziehen kann ich es eigentlich nicht. Die haben sicherlich eine Schnittmenge. Ich finde, die können alle drei nebeneinander bestehen und ersetzen sich auch nicht. Also sie ersetzen sich für mich dadurch eher, dass ich das Gefühl habe, ich habe Terraforming Mars gerade ein bisschen über und bin dem satt und überdrüssig, aber ich glaube, wenn ich das in drei Jahren immer wieder aus dem Schrank hole, weil es garantiert dann doch da steht, dann freue ich mich darüber, dass es da ist. Okay. Wie ist das denn, ich weiß nicht, wie ist das mit so, gibt es so coole Kombos mit den Karteneffekten? Ist das so ein schöner, so ein zufriedenerstellender Effekt, dass du denkst, cool und dann kommt das und dann kommt das? Kann ich noch nicht groß genug sagen. Also in der ersten Partie habe ich es halt überhaupt nicht hingekriegt, weil diese Kombos, die du auslöst, also wenn du eine Farbkette auslöst oder irgendwas, du arbeitest immer die Karte, Reihe für Reihe von oben nach unten ab. Das heißt, es ist wichtig, ein bisschen, wo man die Karten legt. Also sprich, es gibt eine Karte, sagst du dann, du gibst ein Wachstum aus und bekommst dafür, darfst drei Karten kompostieren oder andersrum, darfst eine Karte kompostieren, darfst dafür zwei nachziehen oder darfst eine ausspielen. Und diese Reihenfolge hinzukriegen ist natürlich so ein bisschen die Kunst, in Anführungsstrichen. Und ich habe dafür noch nicht genug gesehen. Also in der letzten Partie, die ich gespielt habe, hat da schon viel mehr passiert, aber gefühlt war ich auch sehr einseitig unterwegs. Also ich habe nur quasi zwei Farben, die bei mir stark waren und die anderen waren so Beiwerk. Und das hat schon funktioniert. Und darum meine ich. Also ich glaube, in so einer Mehrspielerpartie passiert da mehr. Also ihr habt es alle noch nicht gespielt, oder? Nope. Schade. Es ist irgendwie so ein Spiel, ich möchte das unbedingt noch spielen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, irgendwas hindert mich daran, dass ich mir das nicht sofort geholt habe. Ich weiß gar nicht warum, aber weiß ich nicht. Irgendwas hat mich gehindert. Also ich finde, wie gesagt, diese Umsetzung ist mutig, dass sie sich überlegt haben, wir machen, also das sind alles Karten. Auf diesen Karten stapel ich dann so unten kleine grüne Klötze, die dann, ich glaube, Sprossen sind, oder ich weiß es gerade nicht mehr, ist auch gar nicht so wichtig, also die quasi so die Vielzahl darstellen. Und nebenbei baue ich halt diese kleinen Holztürme auch noch auf so einer kleinen Karte. Und das hindert so ein bisschen die Lesbarkeit. Also ich kann meine Kette gar nicht mehr so gut sehen, weil ich diese riesen Dinger da raufbaue. Und es fühlt sich irgendwie auch komisch an, finde ich. Und ich fand auch der Ersteindruck war, okay, ich finde das Thema super, ich finde das Tableau-Building geil, ich verstehe nicht, warum ich da so Klötze raufstapeln soll. Und darum, glaube ich, habe ich diese Ambivalenz dazu auch. Kommt für mich auf jeden Fall auf die Liste, wenn ich mal bei dir bin, wird's gespielt. Ja, schreibt irgendwer mit? Ich hoffe, ich nicht. Steht auf meiner, vielleicht sollte das lieber jemand anderes spielen Liste. Also ich werde in nächster Zeit versuchen, das mal mit mehr Leuten zu spielen. Da habe ich halt richtig Bock drauf und das mal zu sehen, wie es ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Downtime eine Hölle wird. Allerdings passiert halt genug auch im gegnerischen Zug, wo ich was machen kann. Und ich glaube, dann entwickelt sich mein Zug eben auch erst, wenn ich wirklich dran bin. Also die Entscheidung, was mache ich jetzt, kann ich eh erst treffen, wenn ich drammel, weil so viele Sachen wahrscheinlich Einfluss darauf hatten. Okay, dann Bananarama. Ich habe ein Spiel spielen dürfen, Schreckstrich müssen, weil ich das nämlich rezensieren darf, von dem ich glaube, dass das von euch noch keiner gespielt haben wird. Das ist nämlich ein ziemlicher Exot, auch in Deutschland gar nicht erschienen. Und zwar ist das Fellowships of Fate. Das ist ein Titel, den gibt es in Japan, beziehungsweise ist auch auf Chinesisch rausgekommen. Und den gab es halt auf der Spielemesse. Ein kleines, wirklich sehr, sehr kleines und kompaktes Kartenspiel, in dem tatsächlich auch einiges an Spiel irgendwie drin ist. Aber ich habe es, es ist sehr, sehr problematisch, das Spiel. Und sehr, sehr böse eigentlich. Es geht darum, dass man halt verschiedene Punktekarten erwerben möchte. Dazu hat man eine Abenteurer-Bande. Man hat neun verschiedene Charaktere, kann aber auf jede der Abenteurer-Runden, also es gibt vier Runden, in denen gespielt wird, nur vier Stück jeweils mitnehmen. Und jeder dieser Abenteurer hat zwei mögliche Aktionen. Also man kann ihn auf zwei unterschiedliche Arten spielen. Das eine ist die normale Aktion. Dann kriegt der Krieger zum Beispiel zwei Schwerter. Man sammelt dann unterschiedliche Ressourcen, also Schwerter im Sinne von Stärke. Dann sammelt man Mana und dann sammelt man, glaube ich, Weisheit. Genau, eine Schriftrolle. Diese Ressourcen gibt es. Das bei normalen Aktionen. Bei einer legendären Aktion, wenn man die ansagt, kriegt man erst mal gar nichts. Sondern in der nächsten Runde kriegt man dann zum Beispiel nicht zwei Schwerter, sondern, keine Ahnung, irgendwie vier Schwerter oder sowas. Das Problem ist, wenn einer der anderen Spieler auch so einen Krieger spielt, kriegt man gar nichts. Aber der Nächste kann dann halt entscheiden, ob er den Krieger normal spielt oder auch, ob er eine legendäre Aktion ansagen will. Und dann generiert man so nach und nach Ressourcen und versucht sich Karten zu kaufen. Und ja, so läuft dieses Spiel dann ab. Das bedeutet natürlich, dass der Startspieler einen ganz, ganz, ganz enormen Nachteil hat. Was man ja meinen könnte, dass das dann nächste Runde ist, halt jemand anderes Startspieler. Ja, so weit, so gut. Aber dieses Spiel ist angeblich von zwei bis fünf Spielern spielbar. Und man spielt in jedem Falle vier Runden. Das funktioniert nicht. Das ist halt echt doof. Es funktioniert nicht, weil man auf jeden Fall vier Spieler braucht oder die Anzahl der Runden anpassen muss. Das sehen die Regeln aber nicht vor. Und wir wissen ja alle, wir sind keine Fans von inoffiziellen Regeln. Nee, also, wenn ich ein Spiel rezensiere, muss ich es halt nach den Regeln rezensieren, die da sind. Da kann ich mir nicht selber was ausdenken. Natürlich wäre es einfach zu sagen, okay, wir sind zu fünft, dann spielen wir halt fünf Runden. Ja, wäre einfach. Hätte man aber auch beim Designprozess durchaus auf den Trichter hätte man auch kommen können. Ist man aber nicht. Man spielt vier Runden. Es ist sehr, sehr clunky. Es ist hundsgemein, weil es super unbefriedigend ist, wenn einer was kriegt und der andere nicht. Es gibt keine wirklichen Catch-up-Mechanismen. Es ist ... Natürlich kann man Mindgame spielen und sagen, okay, die und die Aktionskarten liegen aus. Die möchte man mit denen und denen Ressourcen vielleicht haben. Das heißt, der nimmt auf jeden Fall den und den mit. Ich nehme dann jemand anderes mit und versuche was anderes. Klar, kann man das machen. Macht vielleicht auch in der richtigen Runde Spaß. Ich habe die richtige Runde bis jetzt noch nicht gefunden. Ich finde, es ist so clunky. Und braucht ihr nicht, weil so oft wird es bei mir nicht mehr auf den Tisch kommen. Es ist dafür einfach sehr schwierig, was es macht. Denn dieses Spiel ist obendrein auch noch winzig. Die Schachtel ist wirklich klein. Das ist, ich würde mal sagen, so zwei Drittel von einer normalen Spiele-Schachtel oder so. Dafür ein bisschen dicker. Aber die Karten sind halt auch ... Die Symbole sind irre klein. Die Texte sind noch viel, viel irrsinniger klein, weil die japanischen beziehungsweise die chinesischen Zeichen unglaublich groß gedruckt sind. Die englischen Texte unglaublich klein gedruckt sind. Die sind allerdings auch relativ irrelevant, weil man eigentlich nur die Symbole braucht. Aber einige der Symbole ähneln sich total und die sind auch klein. Dafür gehen sie halt in dem ganzen Text unter. Super merkwürdig. Dazu kommt auch noch, dass das Artwork, finde ich, unglaublich ablenkend ist, weil es drei unterschiedliche Grafikstile sind, von denen zwei so aussehen, als wären sie von Siebtklätzlern auf dem Schulblock gezeichnet worden. Während der andere dann so ein bisschen in Richtung düstere Fantasy gehen will. Es ist ganz fürchterlich. Also, ich bin leider ziemlich enttäuscht. Es sind nette Ideen drin, die aber in einer sehr merkwürdigen Aufmachung verloren gehen und mit, ich finde, ein wenig undurchdachten Regeln. Wenn man jetzt eine knallharte Vierergruppe hat, die sich auch gegenseitig mal richtig gerne was um die Ohren geben wollen, dann kann es das richtige Spiel sein. Ich finde es nett, dass es eben so klein und portable ist. Es hat ein paar nette Ideen, aber überzeugen konnte es mich jetzt so gar nicht. Ja. Und ich finde, das klingt so wie so ein Studentenprojekt oder wie so ein Hobbyprojekt, so eine Liebhaberei, wo sich irgendwie vielleicht vier gute FreundInnen zusammengesetzt haben, die immer zusammenspielen und sagen, geil, wir machen auch mal ein gemeinsames Brettspiel. Und mein Kind kann übrigens ganz, ganz toll zeichnen. Und los. Ja. Das könnte tatsächlich sein. Das trifft ziemlich genau so das Gefühl. Es ist, ja. Ich gucke mir gerade dieses Cover auf Board Game Geek an. Und was ist das für ein weirdes Cover? Das sind die unterschiedlichen Charaktere. Und du siehst, es sind drei unterschiedliche Zeichenstile alleine schon, die da drin sind. Nur bei den Charakteren. Und es ist super schräg. Es sieht schon wirklich, es sieht tatsächlich ein bisschen so aus, wie die Geschichte, die Peter erzählt hat. Ja. Absolut. Das ist nämlich der Punkt. Es gibt auch keinen richtigen Designer. Da steht dann irgendwie ... Da steht tatsächlich auf Board Game Geek Japanese Game Designer Team. Genau. Peter. Du bist da was ganz großen auf der Spur. Das ist ... Nur zur kleinen Zwischeninfo. Ich war hier gar nichts mehr groß auf der Spur. Das wunderbare Internet hat mich hier rausgeschmissen. Ich schaffe es später noch mal dazu zu kommen, aber eigentlich bringt das auch nichts mehr. Also ab jetzt geht es ohne mich weiter. Viel Spaß beim Zuhören. Ist vielleicht auch mal ganz gut. Genau. Ganz genau. Das ... Das Alberne ist, dass es eine erste Version gab, die nur von drei bis vier Spielern spielbar sein sollte. Und dass jetzt die überarbeitete ist, die von zwei bis fünf spielbar sein soll. Ich behaupte nach wie vor, das ist ein reines Vierspielerspiel. Vielleicht zu zweit. Ich habe es zu zweit tatsächlich nicht getestet. Vielleicht funktioniert es zu zweit ganz gut. Ich wage es zu bezweifeln, weil dann immer derjenige, der als Zweiter dran ist, seinen Plan durchziehen kann. Und einfach die Karte spielen kann, die er spielen möchte. Das halte ich für relativ stumpf. Aber ... Was weiß ich schon. Lavinia, kannst du da bitte was zu sagen? Weil dein Gesichtsausdruck sagt sehr viel. Mein Gesichtsausdruck sagt, was ist das für eine Katastrophe? Es sieht furchtbar aus. Ja. Das einzig Coole ist die Ente auf dem Cover. Hat jemand die Ente gesehen? Die Ente ist cool. Der Rest ist richtig ... Der Werwolf irritiert mich, glaube ich, mit am meisten. Es ist halt ein Haufen Buntstifte, der explodiert ist. Das wäre jetzt so die höfliche Umschreibung dessen. Man sieht einfach ein Kuddelmuddel, ein Sammelsorium von Fantasy-Charakteren. Und es werden sämtliche Fantasy-Stereotype bedient. Aber nicht so ... Die Wunden und auch die Schlechten. Es ist zum Beispiel der Klassiker dabei. Die rothaarige Hexe. Die rothaarige Zauberin. Für alle, die zuhören, ich wiederhole noch mal den Titel Fellowships of Fate, falls ihr das googeln wollt. Ihr wollt das nicht googeln. Das googelt euch hinterher. Schaut euch den Werwolf. Der Werwolf ist, glaube ich, Nein, die Ente. Ach, das ist ein Werwolf. Das sieht aus wie ein Schaf. Stimmt, jetzt sehe ich es. Das ist ein Werwolf. Oh Gott. Er hier ohne Scheiß. Die Gewerkschaft der Werwölfe wird sich hier erst mal beschweren, dass sie so abgebildet werden. Der Zentralrat der Werwölfe ist nicht amüsiert. Richtig, ja genau. Das war der Zentralrat, nicht die Gewerkschaft. Soll das? Ich wollte euch mit diesem Spiel gar nicht so lange beschäftigen, aber offensichtlich ist es... Ist ikonografisch eher so ein Reinfall, würde man sagen. Wie gesagt, die Ente ist cool. Ja. Fellowships of Fate. Ich durfte es testen. Ich habe es hier im Regal stehen. Noch. Scheiße, ey. Der Werwolf da oben. Das ist ja ganz schlimm. Ja, Peter hat recht. Es muss ein Gemeinschaftsprojekt sein. Anders kann man sich das nicht erklären. Ich finde es cool, dass Peter diese Geschichte erzählt hat, ohne das Cover gesehen zu haben. Ich dachte, er hätte das Cover tatsächlich schon gesehen. Peter sagt gar nichts mehr. Er ist einfach nur noch fertig. Ja, Lavinia, möchtest du da weitermachen mit einem Spiel, was nicht so schlimm ist? Vielleicht. Vielleicht auch doch. Wir wissen es ja nicht. Willst du die Einleitung für das gute Spiel machen, von dem ich berichten möchte? Also ich würde sagen, dass eine bestimmte Tierart sich nicht darüber beschwert, wie sie in diesem Spiel vertreten ist. Ja, genau. Hennen. Ja, richtig. Das war zur Überleitung, die ich jetzt gar nicht geschnallt habe. Ja, vielen Dank. Ich habe Hennen gespielt. Ich möchte euch... Muss ich... Soll ich den Menschen noch eine Erklärung zumuten oder willst du das übernehmen, Johannes? Also ich finde, du kannst das gerne machen, weil ehrlich gesagt, also ich habe New Eden auch richtig schlecht erklärt. Ich würde sagen, Hennen ist ein Legespiel. Bob. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein schlechter Wortwitz, aber ich... Ist es ein Legespiel? Ja. Was kann ich dafür? Okay, gut. Also es ist... Johannes ist... Ja, Peter ist einfach gegangen jetzt, ne? Der kommt wieder. Okay. Ich hoffe es. Ich probiere es nochmal. Hennen ist ein... Wir haben uns beruhigt. Ich lasse jetzt das Wort mit L und Egespiel weg. Aber genau das ist es für ein bis vier Personen, wo wir Hühner auf unserem Bauernhof ansiedeln und das machen wir mit Karten, die wir in eine 3x4 oder 4x3-Auslage legen. Das können wir im Laufe des Spiels selber bestimmen. Und es geht darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, denn je nachdem, wie wir diese Hennen legen, kriegen wir für die größte Hennengruppe auf unserem Bauernhof entsprechend viele Punkte. Jetzt ist aber so, dass man die Karten nicht einfach x-beliebig legen darf, sondern man muss bestimmte Anlegeregeln befolgen. Jetzt korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es geht darum, entweder müssen die Hennen dieselbe Spiegelfarbe haben oder wenn man verschiedene Farben aneinanderlegt, muss die Zahl jeweils entweder 1 höher oder 1 tiefer sein als die Hände, wo sie drangelegt wird. Genau. Das macht das Spiel tatsächlich verhältnismäßig komplex und ich habe am Anfang gedacht, naja, das spielt sich bestimmt schnell runter, aber man muss tatsächlich relativ lange manchmal überlegen und es ist ganz schön knifflig. Und die Downtime ist zwar auch recht hoch, also ich habe es bisher nur zu zweit gespielt, aber die kann man unheimlich gut nutzen, indem man nämlich schon mal überlegen kann, was man in seinem nächsten Zug macht. Denn man hat auch nicht 15 Karten auf der Hand, sondern darf immer maximal vier Karten auf der Hand halten. Pro Zug nimmt man zwei auf, muss aber am Ende seines Zuges wieder eine ablegen, dass man wieder genau bei vier Karten ist. Also es ist wirklich ein sehr gelungenes Spiel, was für diese Schachtel viel Spieltiefe bietet, einen sehr hohen Wiederspielreiz hat und die Illustrationen sind schön. Das ist ein neues Thema, das hatte ich bisher noch nicht so. Also bei Flügelschlag hat man es mit Vögeln, jetzt hat man es mit Hennen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Es macht wirklich Spaß, kann man prima mit auf Reisen nehmen und wird, glaube ich, erst mal nicht so schnell langweilig. Ich kann dem nur zustimmen, ich finde es auch ganz fantastisch. Es ist wirklich dieses so mit ganz wenig Regeln und ganz simplem Spielprinzip. sitzt du da manchmal und denkst so, ah nein, das mache ich dir jetzt am besten. Ich habe es aber bisher, wie gesagt, nur zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, wie es mit mehreren ist und du hast es ja auch schon solo gespielt, gell? Ich habe es, glaube ich, auch zu dritt gespielt. Habe ich es zu viert gespielt? Das weiß ich gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall zu dritt, zu zweit und solo gespielt. Rebecca fand es richtig ätzend, die konnte damit gar nichts anfangen. Wieso? Weiß ich nicht, müsste ich sie noch mal fragen, aber die war auf jeden Fall nicht begeistert. Und das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ja, aber ich finde es auch, ich finde es super, wirklich dieses ganz, es ist ja wirklich super stumpf. Also ich meine, du musst einfach nur eine Karte spielen und ein bisschen drüber nachdenken und das ist schon cool. Ich mag das auch mit dem Hühnerstall. Also man kann, wenn man eine Karte überhaupt nicht anlegen kann oder will, kann man auch eine Karte umdrehen, da ist dann so ein Hühnerstall drauf. Es ist wie du sagst, die Spielregeln sind echt erschreckend, fast schon simpel, wo man sich denkt, das muss es doch schon tausendmal vorher gegeben haben. Aber tatsächlich ist mir das bisher noch nicht begegnet und ich finde, das macht wirklich viel Spaß. Also einfach sich so ein bisschen den Kopf darüber zu zermatern. Ich finde, es hat Anleihen von Obstteilen. Täusche ich mich? Würdest du zustimmen? So ein bisschen, oder? Ist halt auch so ein ganz kleines Kartenspiel, was super schnell gespielt ist, aber irgendwie auch den Kopf zum Grübeln bringt. Ja, voll. Ja. Also wem Obstteilen gefällt, der kann auch, glaube ich, Spaß mit Händen haben. Ja. Während wir hier diskutieren, hat tatsächlich das Internet Peter verlassen oder Peter das Internet. Wir wissen nicht, wie rum. Er ist aktuell nicht da. Wir machen einfach mal weiter. Vielleicht taucht er wieder auf. Vielleicht auch nicht. Falls nicht, wird bestimmt Peter im Schnitt sich irgendwie noch dazugesellen, schätze ich mal. Der Peter aufs dem Off sozusagen. Genau. Wir kündigen jetzt hier einfach schon an, damit er einen Zwang hat, gleich noch was zu unseren Spielen, die wir vorstellen, noch was zu sagen. Dennis, möchtest du noch was zu Händen sagen? Nein, ich möchte nicht zu Händen sagen, weil ich es immer noch nicht gespielt habe. Tatsächlich. Könnte noch passieren. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit einem Spiel, was ich tatsächlich nur digital bis jetzt gespielt habe, weil das zwar schon erschienen ist, aber das ist bei einem indischen Verlag erschienen und aus irgendwelchen Gründen senden die aktuell nur nach Indien, USA, Kanada und Alaska. Also können die nicht. Du hast die USA schon gesagt. Was habe ich denn gesagt? Alaska. Ach so, ja, aber das stand da glaube ich extra nochmal auf deren Seite. Also scheinbar ist es für die ein Unterschied, in die USA oder nach Alaska zu schicken. Es geht um das Roll and Ride Go Goa. Goa ist ein kleiner Bundesstaat in Indien und da sind wir sozusagen als Urlaubsziel. Das ist ein relativ klassisches Roll and Ride. Es geht über zwölf Runden und das habe ich auf Boardgame Arena gespielt. Und das erinnert, ich würde sagen, vielleicht am ehesten so ein bisschen an Trails of Tucana. Also wir haben so einen Plan mit unterschiedlichen sechseckigen Feldern und wir starten an einem Ort und dann sind auf dem Plan unterschiedliche Orte abgebildet, die wahrscheinlich existieren, von denen ich, der wirklich gar keinen Plan von Indien noch überhaupt nichts gehört habe. Also ich habe noch nie was von Palolem oder von, oh Gott, ich suche jetzt lieber Orte raus, die ich eher aussprechen kann, Harvalem oder von Mahadev. Alles wahrscheinlich falsch ausgesprochen, habe ich noch nie was von gehört. Und die haben alle unterschiedliche Symbole und vor jeder Partie wählen wir zwei Touristenpläne aus, wo dann immer drei Orte abgebildet sind, die wir sozusagen anfahren wollen. Dafür kriegen wir je nachdem, ob es ein schwieriger oder ein weniger schwieriger Plan ist, mehr oder weniger Punkte. Und das machen wir über zwölf Runden. Es werden jede Runde drei Würfel gewürfelt und jetzt ist das Clevere an dem Spiel. Von diesen drei Würfeln wählt man einen aus für die Richtung. Also sozusagen ist jeder Würfelseite von eins bis sechs eine Himmelsrichtung zugeordnet. Dann wählen wir den zweiten Würfel aus für die Anzahl an Schritte, die wir insgesamt gehen wollen. Und den dritten Würfel, der dann übrig bleibt, ermöglicht es uns sozusagen Abbiegungen zu machen. Weil normalerweise können wir dann nur in eine Richtung so und so viele Schritte gehen, aber wir können dann sozusagen auch ein oder zwei Abbiegungen sozusagen machen. Also habe ich sozusagen eine Eins, eine Drei und eine Sechs gewürfelt, könnte ich zum Beispiel sagen, ich gehe in Richtung Eins, sechs Schritte und wenn ich dann eine Drei gewürfelt habe, kann ich eine Abzweigung machen. Und dadurch hat man ganz, also das finde ich erstmal eine super coole Idee, weil ich das bis jetzt so, glaube ich, noch nicht hatte. Also ich weiß, in Dice Colony, ist auch von einem spanischen Verlag, ein Road and Ride, da ging es auch ein bisschen darum, wo legt man je nach Zahl an. Aber hier ist es so ein bisschen verbunden mit diesem Trail of Tucana Prinzip. Das fand ich an sich ganz cool. Der Spielplan ist jetzt nicht sonderlich schön, aber gut, das ist ein Road and Ride, wo es vor allem irgendwie um die Übersichtlichkeit geht. Was ich ein bisschen schade fand, ich habe das jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal gespielt, was aber schon, also ich hatte offensichtlich Bock, das drei oder vier Mal zu spielen. Aber von den Punktzahlen her fand ich es irgendwie ein bisschen einfach. Also ich habe es, glaube ich, in jeder Partie geschafft, immer alle sechs Ziele sozusagen anzufahren. Da habe ich gedacht irgendwie, das ist ein Ticken zu einfach. Ich hätte es irgendwie, glaube ich, cooler gefunden, würde ich es nicht immer hinkriegen. Vielleicht hätte ich auch nur extremes Würfelglück. Das kann natürlich auch sein. Genau. Ansonsten ist es einfach, glaube ich, also für Road and Ride Fans, die aktuell in Indien, Kanada, USA und Alaska leben. Oder man spielt es einfach auf Board Game Arena. Ich muss ja sagen, ich finde es ja faszinierend. Roll and Rides, Flip and Rides, wie man sie auch immer nennen mag. Mit wie wenig Materialien, eigentlich unterschiedliche Materialien, die unterschiedliche Spiele generieren, finde ich echt faszinierend. Die drücken dir einen Zettel, einen Stift in die Hand, einen Würfel und sagen so, viel Spaß, leg los. Und du hast jedes Mal neue Ideen und das finde ich total faszinierend. Finde ich eigentlich genial, wenn die Spiele nicht alle so langweilig wären. Entschuldigung. Wenn die Spiele, ich wünsche mir einfach mehr Interaktion. Und das können Roll and Rides einfach per Definition, das liegt im Genre, das können sie nicht so gut. Die einen versuchen es ein bisschen, bei den einen klappt es ein bisschen besser, bei den anderen noch viel weniger. Aber generell sind Roll and Rides eigentlich ein nicht so interaktives Genre. Und das fehlt mir echt. Und deswegen zünden die eigentlich bei mir bislang nicht so gut. Kann ich voll verstehen. Was ich hier natürlich ganz cool finde, also gut, das Setting ist eigentlich egal, aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass man hier sozusagen ein Setting genommen hat, was halt kaum irgendwie sonst genuckt wird. Ich meine, es gibt auch, also es ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Spiel von dem indischen Verlag gespielt habe. Die haben auch schon ein zweites Spiel angekündigt, was leider aktuell nach Indien versendet wird. Es ist ein Legespiel, wo ich direkt hooked war. Legespiel, irgendwie Städtebau und Natur möchte ich auf jeden Fall spielen. Du solltest nach Alaska ziehen. Oder das, genau. Obwohl ich glaube, die Natur war da schön. Ich glaube, Joe Biden hat doch jetzt irgendwie gesagt, dass da ganz viele Ölpipelines oder sowas hingelegt werden. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schön in Alaska. Ach so, was ich sagen wollte, Interaktion und Roll and Rides, vielleicht ist, jetzt muss ich sagen, ist es das Richtige, ich glaube, Queen of Twelve ist das Neueste von Rita Modl. Es gab ja als erstes King und dann gab es, glaube ich, Council, genau. Und Queen of Twelve ist das dritte. Und das ist ein Roll and Ride in dieser Off-12-Reihe. Und da ist tatsächlich Interaktion drin. Also vielleicht schaust du da mal irgendwie in die Regeln rein oder schaust dir mal ein Video ein, weil das hatte ich auf den B-Rex-Tagen noch als Prototyp gespielt. Und da hat man mehrere Würfel und jede Person sucht sich verdeckt eine Karte aus, die haben alle eine Ziffer. Und je nachdem, wer eine niedrigere Ziffer hat, wählt zuerst. Und da ist es so ein bisschen dieses, ich denke, dass du denkst, wer darf zuerst Würfe nehmen und wir nehmen uns Würfe gegenseitig weg. Und das ist, fand ich, dadurch hat es nochmal einen ganz anderen Twist für ein Roll and Ride gehabt. Okay. Und auch diese Karten haben alle eine Sonderfähigkeit. Und wenn zwei Leute die gleiche Karte nehmen, wird das gegenseitig aufgehoben. Also da ist wirklich so ein Überlegen, okay, welche Würfel braucht Dennis jetzt gerade? Welche Karte nimmt er eventuell? Dann darf ich die jetzt nicht nehmen. Und das ist ganz clever. Das finde ich gut, weil ich puzzle zwar auch gerne mal, aber irgendwie nicht in Form eines Solo-Spiels oder eben eines Roll and Rides. Und wenn man das dann mit anderen verbindet, ja, das könnte ich mir vorstellen. Schaue ich mir mal an. Danke für den Tipp. Uh, vielleicht haben wir dann in einer folgenden Teamfolge geredet. Dennis, mal über ein Roll and Ride. Das wär's doch. Ich hab sogar schon eine einzelne Podcast-Folge über einen Roll and Ride mitgemacht, nämlich über Paper Dungeons. Uh. Da nämlich nichts. Ich war nicht begeistert. Spoiler. Stimmt, stimmt, genau. Lavinia, klingt das für dich spannend. Entweder Go Goa oder Queen of Twelve. Queen of Twelve hab ich mir grad angeguckt. Klasse sieht das aus. Das hatte ich gar nicht richtig auf dem Schirm. Ich kann mich an die Verpackung erinnern. An das Spiel. Das hab ich auf der Messe gesehen. Ich konnte aber überhaupt nichts damit anfangen. Also ich hab's mir tatsächlich auch gar nicht näher angeguckt. Aber das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und find ich auch schön. Was steht dabei? Extra große Karten. Find ich immer gut. Ja, stimmt. Das sind so richtige. Also das ist nicht diese klassischen, weiß ich nicht, wie man das von Terraform und Mars kennt, sondern die sind tatsächlich deutlich größer. Das ist von der Haptik her ganz cool, ja. Find ich sehr gut. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Große Karten sind generell einfach immer witzig. Ich find's zum Mischen immer blöd, aber wenn das nur so wenige sind, also hier bei Queen of Twelve, ich glaub jeder hat, ich würde behaupten zwölf. Ich weiß das aber nicht. Halt ich für eine steile These. Ja. Ich mag's bei Rock, Paper, Wizard zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ja. Aber muss man die anderen beiden vorher gespielt haben, damit man's versteht, damit's Spaß macht? Also ich hab nur das gespielt, ich hab die anderen beiden nicht gespielt. Ah, okay. Genau, und es müsste jetzt auch, glaub ich, in der Spieleoffensive verfügbar sein. Das ist ja die, die alle über die Spiele wieder erschienen. Genau. Ja, das ist. Dann hab ich jetzt ja quasi einfach über zwei Spiele gesprochen. Ja, worüber möchtet ihr als Nächstes reden? Das ist ein bisschen fies, weil eigentlich möchte ich, könnte ich jetzt mit meinem nächsten Eintracht nicht über fünf oder sechs verschiedene Spiele reden, denn ich schummel heute mal richtig. Denn mein nächstes Spiel ist gar kein Brettspiel oder Kartenspiel oder so als solches. Ich hab nämlich in der letzten Zeit gar nicht so viel Brett und Karten und so gespielt, wie ich gern gespielt hätte, sondern aufgrund eines gewissen Datums habe ich besonders viel Rollen gespielt in den letzten zwei Wochen. Es war nämlich jetzt Ende März, war nämlich der Gratis-Rollenspiel-Tag. Und da hatten wir hier ein lokales Event und ja, es war sehr, sehr cool. Und deswegen hab ich mir gedacht, dann spreche ich heute in dem Podcast mal kurz über das Thema Rollenspielen. Und wollte auch mal hören, ob ihr da eventuell irgendwie Erfahrungen gemacht oder gesammelt habt. Ich hab ganz stumpf den Klassiker gespielt, D&D, Dungeons & Dragons, in der aktuellen Version. Und wir hatten da einen sehr erfahrenen Spielleiter oder Meister oder wie auch immer man ihn nennen möchte, der das super toll gemacht hat. Ich hatte ein paar Leute dabei, die das System schon kennen. Ich kenn das System auch schon ein bisschen. Und wir hatten aber auch Neulinge dabei, die aber ein bisschen Rollenspiel-Erfahrung schon hatten. Und einen dabei, der auch gar keine Rollenspiel-Erfahrung hatte. Und das war ein toller Mix. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß und ein tolles Einstiegsabenteuer. Ich hab in Baden gespielt. Das mach ich immer gern. Baden sind toll. Lavinia, hast du schon Erfahrung mit Rollenspiel? Nee. Das klingt auch so, als hättest du kein Interesse daran, welche zu sammeln. Äh, äh, nee. Gut. Nee. Aber ich kenne Menschen, die das auch schon gespielt haben. Und ich weiß, da hieß es dann immer, ich kann am Samstag nicht, wir treffen uns zum D&D. Ich verstehe das vollkommen. Das ist nicht für jeder, für alle irgendwas. Das verstehe ich. Aber ich lausche jetzt sehr gerne deinem Bericht. Johannes, hast du da schon mal irgendwie reingeschnuppert? Ich hab, äh, das Dungeon & Dragons-Brettspiel gespielt, was ja einer der frühen Dungeon-Crawler war. Das hat natürlich dann mit Rollenspielen nichts mehr zu tun. Und vor allzu, vor nicht allzu langer Zeit, waren Rebecca und ich mit einer Gruppe im Kino, haben uns den Dungeon & Dragons-Kinofilm angeguckt, der richtig lustig ist. Das ist gut, in den guck ich morgen. Also, werde ich morgen geguckt haben, wenn ihr das hört. Aber, ja. Ähm. D&D hab ich schon ganz lange gespielt, schon im Studium ganz viel. Das war damals, äh, meine Heimatversion war die 3.5. Wir haben jetzt in der fünften gespielt. Ich hab selber letztes Jahr eine Tales from the Loop-Runde geleitet, was ein ganz anderes Rollenspielsystem ist und mehr so in Richtung Stranger Things geht. Wo man eine Reihe von Kindern spielt, die dann Abenteuer erleben. Und mehr so zusammen eine Welt aufbaut und die dann erkundet. Und die Kinder entwickeln Beziehungen zueinander. Und, äh, freunden sich an und so. Das ist ganz, ganz toll. Und ist eine ganz andere Art von, ich geh jetzt in den Raum und mach den Org platt oder so. Das, äh, Rollenspiel kann so unterschiedlich sein. Und, äh, so unterschiedliche Dinge machen. Und das ist einfach sehr cool. Man kann in abenteuerliche Cyber-Welten in Shadowrun eintauchen. Ähm, oder eben in eine ganz minimalistische Fantasy-Welt im Sinne von Conan beispielsweise. Äh, Barbaren von Lemuria hatten wir da gespielt. Äh, haben wir, äh, wurde da auch gespielt. Ähm, wir hatten Rollenspielrunden mit Kindern dabei, die ganz, ganz viel Spaß daran hatten. Ähm, ganz bunt gemischt. Und ich fand es einfach mal, äh, fand's wieder toll. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, es ist einfach eine Abwechslung. Es ist nichts, was, äh, dauerhaft mein Brettspiel-Hobby verdrängen wird. Aber es ist was, was wunderbar eine schöne Koexistenz haben kann. Ich glaub, die Korrelation zwischen Rollen und Brettspielern ist auch relativ groß. Also, ich glaube, so ziemlich alle Rollenspieler können was mit Brettspiel anfangen. Ich glaube, umgekehrt funktioniert's noch nicht. Alle Finger sind, äh, alle Daumen sind Finger, aber nicht alle Finger sind Daumen, glaub ich. Aber vielleicht tue ich mir da auch, äh, tue ich da auch einigen, äh, Rollenspielern sehr unrecht, die mit Brettspielen nichts anfangen können. Ich hab bis jetzt aber noch keine gefunden. Gibt's aber vermutlich auch. Bestimmt. Aber ich glaub, du hast einfach mit Lavinia und mir jetzt, äh, zwei Spieler in die, da die Schnittenhänge noch nicht haben. Ja, ich verstehe vollkommen, dass, ähm, Rollenspielen hat da ja auch immer ein Stigma. Das ist ja noch viel, viel nerdiger, sag ich mal, als Brettspielen. Was ja auch schon so ein bisschen so ein nerdigen, äh, so ein, äh, Klischee mit sich bringt, so ein bisschen stigmatisiert ist, was aber glücklicherweise gerade in den letzten Jahren massiv aufgebrochen wurde. Gerade auch durch Corona und die Pandemie und so. Das ist bei Rollenspielen noch nicht. So weit sind wir da noch nicht. Bei Rollenspielen hat man immer noch im besten Falle die kleinen, nerdigen Kinder aus Stranger Things vor Augen. Aber im schlechtesten Falle, äh, ganz andere Klischees und, ähm, das ist Rollenspielen heute aber auch nicht. Wir waren, ich glaube, 25, 30 Leute über den ganzen Tag verteilt, äh, in einem Jugendtreff und bunt altersmäßig gemischt. Und, äh, da wurden einfach die unterschiedlichsten Sachen gespielt und, äh, es ist einfach schön. Dieses Diversität, habe ich aber das Gefühl, ist im Rollenspiel viel weiter als beim Brettspiel. Also, ich meine, vor ein paar Jahren, das war über Kickstarter finanziert, äh, Roll Inclusive, das war so ein Sammelband mit Beiträgen sozusagen über die Diversität im Rollenspiel. Also, das Gefühl, dass das ein deutlich größeres Thema ist als, ähm, beim Brettspiel, auch wenn das ja im Kommen ist. Hm. Ja, ich kann's nur hoffen, weil es ist eigentlich, ähm, ein ähnlich versatiles Hobby sozusagen und, äh, breit gefächerte Zielgruppe eigentlich wie auch beim Brettspielen. Und, ähm, ja, ich kann jedem es nur raten, einfach mal auszuprobieren, möglichst mit einer Welt, mit der man was anfangen kann. Wenn man direkt schon sagt, äh, auf diesen Fantasy-Scheiß hab ich keinen Bock, ja, dann sollte man sich vielleicht auch, äh, ein System oder ein Setting suchen, mit dem man was anfangen kann. Dann ist vielleicht, äh, eben sowas wie Shadowrun oder vielleicht, äh, auch sowas, keine Ahnung, vielleicht möchte man dann eher so ein Horrorszenario spielen im Sinne von H.P. Lovecraft oder so. Geht alles. Das ist das Schöne, es gibt für alles irgendwie ein System und man muss dann gucken, dass man die passende Runde findet und einfach mal ausprobieren. Peter, hast du schon irgendwie Erfahrungen mit Rollenspielen mal gemacht? Vielleicht. Ja, tatsächlich hab ich vor langen, langen Zeiten mal Shadowrun gespielt, aber das ist wirklich ewig her. Da habt ihr wahrscheinlich grad drüber gesprochen, ne? Ich hab ja alles genau verfolgt. Mehr oder weniger. Ich hab, ähm, nämlich geschummelt und, ähm, statt einem, eines Brettspiels oder Kartenspiels oder so, hab ich vom Gratis-Rollenspieltag erzählt, der letztens stattgefunden hat und an dem ich ganz viel auch Rollen gespielt habe. Und, also ich hab jetzt wieder mal D&D gespielt, aber, äh, Shadowrun wurde an dem Tag auch gespielt und ganz viele andere Systeme. Ja, spannend. Ja, so richtig ist es einfach nicht meins. Aber kann ich verstehen, wenn man's mag und feiert und spielt und macht. Ja, es macht einfach Spaß. Äh, es steht und fällt natürlich mit der Gruppe und ganz besonders halt auch mit dem Spielleiter. Ich hab festgestellt, dass ich nämlich, äh, ein hunsmiserabler Spielleiter bin. Ich versuche es immer, äh, ab und zu mal wieder, einfach um ein paar Leuten vielleicht mal einen Gefallen zu tun, aber, ähm, ich bin da einfach echt nicht gut drin, merke ich immer wieder. Es kann aber auch daran sicherlich, ähm, dabei liegen, dass ich im Moment echt wenig Zeit habe, Dinge richtig umfangreich mal vorzubereiten. Denn das ist tatsächlich, da steckt eine Menge, Menge Arbeit und Vorbereitung drin. Und es gibt nur wenige Leute, die das richtig gut aus dem Ärmel schütteln können. Ich war, glaub ich, immer ein ganz guter Spielleiter bei Werwolf. Ich weiß, wir hatten dann immer ganz unterschiedliche Werwolfrunden mal auf irgendwelchen Seminaren. Da waren wir, wir hatten halt mal eine Werwolfrunde im Schlumpfdorf. Das war ganz unterhaltsam. Mein, äh, mein Kopfkino ist gerade abgestürzt. Was? Werwolf im Schlumpfdorf? Johannes. Du warst einfach in den Raum werfen und so tun, als wäre das selbstverständlich und es dann nicht erklären. Ich fühle das. Ich bin auch da gewesen. Ich find das gut, Johannes. Ich weiß genau, was du meinst. Find ich gut. Dann brauchen wir das, glaub ich, gar nicht mehr weiter kommentieren, wenn wir das nächste Mal über ein Spiel reden. Boah! Ja, dann, Dennis, bleiben wir beim Kopfkino, ne? Offensichtlich. Ich fühle mich diskriminiert. Lavinia, hast du noch was gespielt? Nö, 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 nö. Aber ich werd was spielen. Ich werde nämlich endlich die Flügelschlagerweiterung spielen. Hast du sie? Ja. Ja. Die Tiefen des Internets sind unergründlich. Peter ist wieder da. Es ist wunderbar. Aber jetzt ist die Folge auch schon vorbei. Aber es ist, glaub ich, auch okay. Ich glaub, wir haben wieder über einige tolle Sachen gequatscht. Wir hatten ein wunderbares Kopfkino. Wir hatten traumhafte Überleitungen. Es war eine Freude, mit euch zu quatschen. Und wir hatten ein Fellowships of Fate. Das hab ich schon verdrängt, Dennis. Das ist auch gut so. Da war ich leider noch da. Dann sag ich einfach nochmal Danke in die Runde. Gerne, teilweise. Ja. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Macht's gut. Tschüss. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen. Und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.